Ich versuche jetzt mal, nach links durchzurushen in den nächsten Raum, ja? Bist du bereit? Ja, mach mal. Er kann halt kommen, ne? Eins, zwei, drei. Okay, bin durchgerushed. Okay, ich bin ganz nah dran. Ich glaube, ich sterbe gleich, aber ist egal. No risk, no funny. Er lädt nach, glaube ich. Ich hab ihn getroffen. Nice. Tot, hab ihn. Pass auf, pass auf. Alter, der hat equipped, alter. Ein Raum ist noch. Ich glaube, das müssen noch mehr gewesen sein, das kann doch nicht der letzte Überlebende sein. Schritte, bist du das? Ne. Nein? Nein, der hier. Ich hab aber keine Schritte jetzt gemacht. Ich hab Schritte gehört, ich glaub, die sind unten gewesen. Kann sein, dass welche an die Treppe kommt. Kannst du die Treppe safen kurz? Ich guck jetzt den letzten Raum hier noch durch, aber ich komm hier nicht durch. Hast du ihn? Gut. Nice, nice, sehr gut. Sehr, sehr geil. Ich bin komplett braun gekleidet mit einem gecrafteten Rucksack. Wo? Bei der Police. Alter, du hast mich, du warst das jetzt echt grad nicht. Wo bist du? Ich fordere Police, der ist hier weggerannt schon. Wohin? Ja, komm vor die Police und zeig's. Ich muss nur dem Rauch folgen. Ich hab grad irgendwas gehört bei meiner Hütte. Bei deiner Hütte. Nein, hier ist er doch. Nehm, die Police am Auto. Ich seh's, ich seh's. Warte, ich geh hin. Geh hin. Tot, tot. Kann sein, dass der hier irgendwo hockt, ne? Pass auf. Warte mal. Was hab ich doch grad gehört, alter. Aber der ist hier reingebogen. Oh, ich hier. Ich hab einen Spieler. Hab einen gekillt. Ich hab noch einen gekillt. Der hat sich bei uns eingeloggt, da wo wir uns vorhin eingeloggt haben. In der Mosin. Ich zieh mir mal die Mosin rüber. Die hat eine Axt. Ich mach bei dir zu. Aber der hat der Armbänder, der hat sich grad hier eingeloggt. Jetzt rennt er weg. Er rennt weg, Max. Du musst hinterher setzen. Ich geh hinterher. Boah, fuck, der hat ne Shotgun in der Hand. Ich geh hinterher. Ich geh hinterher, ist scheißegal. Der ist hier bei den Zäunen, der ist bei den Zäunen. Läuft den hinterher? Ja, er läuft mir hinterher. Abi, treffer, treffer. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt. Alles gut. Nice. Der Timo. Ich war jetzt eher weiter rechts, aber die Winnie war eher weiter links. Ich will nicht netten, der hier Feuer reingeraten hat. Oh, Alter. Der war genau gegenüber am Zaun. Ab in den Holzzaun? Ja, ja. Der guckt da auf der Straße, grad genau in die Ecke von uns. Ich hab's zu spät gesehen. Wie, auf die Straße? Er hat durch den Holzzaun geschossen, meinst du? Nee, er steht genau da am Holzzaun. Auf der, äh, da wo man, wo wir durchgelaufen sind am Anfang. Okay, 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 okay. Ja, ja. Okay, okay. Ich hab zu spät reagiert, leider. Scheiße, ich seh nicht mehr, er ist weg. Ey, wie sah er aus? Äh, weißes Oberteil. Du hattest kein T-Shirt an und nur Shotgun in der Hand und hat deine Maske auf. So wie ein Bambi oder was? Mhm. Wahrscheinlich der Pissbar mit dir hat uns die ganze Zeit ges... Ja, der hat wahrscheinlich die Shotgun gelootet, wo du da liegen lassen hast. Glaubst du? Oh nein. Fuck, Mann. Wo ist der hin? Ich seh ihn nicht. Und der ganze Loot liegt noch da, ey. Kannst du vielleicht die Winnie mitnehmen und dann haust du lieber ab und dann spiel mir morgen weiter? Ja, ich hab den Shotgun sch... Ich hab ihn hier, ich hab ihn hier, den Shotgun schütze. Ich hab ihn gekillt, ich hab ihn erstmal tot. Er ist aber näher dran, Alter. Der ist immer noch da, oder? Warte mal, man muss ja die Schüsse sehen können. Der ist noch immer da. Da ist einer, da ist einer. Hier, zwei, zwei. Oh, drei. Nicht schießen, nicht schießen, die müssen zu uns kommen. Die kommen nicht zu uns, die werden doch beschossen. Ich glaub, einer ist tot hier, ne? Aber die sind immer noch am Mauerdurchbruch. Ey, Junge, hier sind drei Leute vor unserer Linse gerannt, Mann. Max. Die rennen jetzt in Richtung blaues Tor. Ja, und du? Einer kommt, einer kommt, einer kommt, einer kommt. Oh, scheiße, ich mach die Waffe weg. Ich muss eine andere Waffe ziehen. Na, du kannst da nicht durchschießen, du kannst da nicht durchschießen. Warte, er hat uns noch nicht gesehen. Die haben uns noch nicht gecheckt. Die stehen mit dem Rücken zu uns sogar. Ja, ich seh den doch in der Tanne. Sehen's alle drei oder wieviel sind die? Ich tue dir dich ausloggen. Der ist da in der Tanne drin, äh, Kivo, kannst du den noch sehen? Ja, tue die Waffe. Safe Schuss. In der rechten Tanne. Pass auf. Alter, wo leuchst du? Ne, er muss den Typen kriegen, der ist hier. Ja, ne, er läuft, er läuft, was auf. Ja, kommt. Er berundet uns. Er ist hinter uns. Habe ich ihn nicht gekriegt? Ne, er blutet. Also, vielleicht ist er inzwischen bewusstlos, aber er war das letzte Mal hier hinter unserem Sandbunker. Und die anderen sind an der Mauer, wir dürfen uns nicht dahinter bewegen. Ah, shit. Aber hier drin sind wir jetzt natürlich am Arsch, wenn wir hier auch die ganze Zeit rumbleiben. Hier, hier so in der Höhe, ja. Ja, er ist, er ist, ähm, hier, ich kann hier zwischengucken, er ist bewusstlos. Ja, er ist bewusstlos, ja. Er hat einen improvisierten Rucksack, wenn du hier rangehst an die Mauer. Und dann so ein bisschen, oh, jetzt schießt du wieder was? Kannst du ihn sehen? Ist er ein improvisierten Rucksack? Zwischen den Ritzen? Also zwischen dieser fetten Ritze da? Sind aber noch zwei. Ja, ja. Also, er liegt noch bewusstlos da, denke ich, der ist noch nicht tot, aber... Hast du auf jeden Fall bewusstlos geschossen. Der Typ ist hier direkt vorne, äh, am Durchbruch. Hinter der Mauer. Ah, der ist tot. Ja, die Waffen liegen auf dem Boden, der ist tot. Ja, das ist geil. Guck mal, bitte. Ich glaube, der ist tot. Ja, doch, der, ja, die liegt inzwischen, ja. Die lag da aber auch gerade eben noch nicht, ne? Der ist echt, der ist echt gerade erst verstorben. Super. Ist doch gut. Der ist ein SKS, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ich sehe nur den Kopf, aber ich denke, es ist ein SKS. Mit schwarz. Ja, looten wirst du den bloß nicht können, weil hier irgendwelche Leute dann auf die Schieße gehen. Ne, ich sehe da einen Spieler am blauen Tor, da kann ich eh nicht hin. Der kämpft den die ganze Zeit ab. Ja, das sind die zwei, die wir vorhin haben gesehen. Also, da wird auch noch ein anderer sein. Die sind in der Tanne drin, oder? Oder in dem komischen Baum, oder was das da sein soll. Aber hinter dem, also noch hinter der Mauer, ne? Oh, 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 bei mir, oh. Kurz über meinen Kopf. Jetzt gehen wir auf den Offiziersbunker. Über meinen Kopf eingeschlagen, die Scheiße hier gerade eben. Die zum Geier trifft hätte ich aber. Ne, über meinen Kopf. Ne, er hat mich ja nicht getroffen, aber ich weiß nicht, er muss höher gelegen sein, aus irgendeinem Turm oder sowas. Beide sitzt, Alter. Ne, dann müssen wir weg. Wir müssen raus. Dann gehen wir auf den Offiziersbunker, aber wie willst du denn dahin rennen, ohne dass der uns kriegt, Alter? Ja, ich halte das nicht für lustig. Oh mein Gott. Kiwo, war schön mit dir heute zu spielen. Ja. Hat Spaß gemacht. Da muss man das schon mal sagen, bevor man stirbt. Oh, jetzt, vor allen Dingen, was ist denn daran sicher, Mann? Der vorne ist der fette Bunker und hier sind überall Sniper, Mann. Ich raff's nicht, Junge. Ich raff's nicht. Der letzte Mal hat die Tür zu. Oh, fuck. Warte. Guck wieder rein. Jetzt haben wir nur ein kleines Fenster durch, das wir gucken können. Ich gucke nur auf diese Scheißtier, Alter, wenn die aufgehen. Ja, alle auf die Tür gucken. Hey, wirklich, ey. Das ist ein Scheiß, Mann. Wir gehen in den Samenburg mit den Offenen hier vorne. Also sind wir halt noch... Ja, der kriegt dich auch hier lassen. Ja, wollen wir uns gleich auf den Airfield stellen, Max? Hast du Bock drauf? Ja, okay. Aber na, na. Und wickeln? Na klar. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier reingegangen sind. Du siehst noch weniger? Ja, Alter, wir wurden beschossen. Ja, aber... Ja, gehen wir in den Samenburg vor uns. Wow. Oh, die schießen durch. Oh, Mann. Du bist ja ein toller Keks, Alter. Du bist ein richtig cooler Typ, ey. Ich hab's doch gewusst. Wir müssen hier weg. Die schießen die Türen auf. Gucken, wir haben die Tür schon aufgeschossen. Ähm. Wir müssen hier raus. Definitiv. Wir rennen. Wir rennen jetzt erstmal raus. Und hinter uns ist doch ein Wald. Ja, hinter uns ist ein Wald. Dann rennen wir erstmal hinter die Mauer, okay? Ja, hinter die Mauer weg. Los, los, los. Go, 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 go. Ziki, zaki. Ey, das hier, ey. Das war echt eine brillante Idee, Max. Ey, erst ein guter Schnüpf. Ich finde immer interessant deiner Strategie. Ich guck, ich guck. Ich guck, ich guck. Naja. Aber jetzt können wir die Typen vielleicht... Boah, Alter, hier sind ja doch offen. So, guck mal nach hinten. Ja, aber ist doch scheißegal. Ja, hier sind schon Bäume im Weg. Wir rennen jetzt erstmal hinter die Mauer und dann nach links zum blauen Tor und holen uns die Typen, die, äh, wo wir den Typen schon gekillt haben, den Kumpel davon. Die, die am blauen Tor wahrscheinlich immer noch campen, die Idioten. Die Typen holen wir uns jetzt. Ja, das denke ich nämlich auch. Boah. Ich wurde getroffen. Das ist doch diese VZ. Alter. What? Woher schießen die, Mann? Verteilt euch mal. Den Berg runter. Den Berg runter so ein bisschen. Der ist irgendwo vor. Kann doch nicht sein. Papa. Ich komme immer näher ran. Jetzt muss mich bandagieren, Alter. Ich bin gleich tot. Ich habe mich ordentlich gethitted, der Typ. Ich bin jetzt in der Tanne erstmal stehen geblieben, weil ich ordentlich getötet wurde, habe mich verbunden. Ich höre bei mir Schritte. Ja, das bin ich. Kann nicht sein. Ja, das bist du. Lass uns runter ins Dorf, in so einem Haus. Ich folge dir unter, für dich. Ja, ja. Ich folge, ich komme auch runter. Hier vorne, hier sind Häuser. Lass mal runter gehen. Ich bin eigentlich direkt neben ihm gestanden. Ich sehe dich. Das bin ich hier. Direkt neben mir gestanden. Alter, das war übelst laut, der Typ. Der hat nur den Sniper, Alter. Scheiße. Okay, welches Haus geht hier? Auslockhütte. Auslockhütte von uns. Auslockhütte, okay. Ja. Oh, aber noch kurz. Ich bin hinter der Auslockhütte erstmal. Oh, was macht der denn hier für die Kale? Hat die Agla auch auf euch geballert? Ich habe zwei, drei Kugel abgekriegt, ey. Aber ich habe nichts abgekommen. Also, ich bin richtig grau. Ich bin komplett hell. Wenn du kannst, bringe noch Splints mit, Max. Oder kommst du gerade rein? Gleich. Ja, da kommst du ja. Super, okay. Ich mache mal hier die Tür zu, weil die ist offen. Absplints, ich habe Splints. Ich habe Splints. Nice. Scope. Hier ist die einzelne. Oh, Schüsse. Schüsse auf mich. Schüsse auf mich. Ich bin beim Sandbunker bei dem Vorderen. Er ist rechts zu mir. Wo? Er ist ein Kanches. Er steht genau auf den Sanitätshelten. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Pass auf, pass auf, der ist da gelaufen. Der hat durch das Zelt gesprayt, Alter. Haben sie uns gesehen? Hast du geschossen? Ich sehe keinen. Wo sind sie? Einer ist im Zelt. Ich glaube, den habe ich down. Doch nicht. Oh, Alter. Scheiße, die schießen durch die Zelten. Pass auf. Ja, der ist down, der ist down. Einer ist down. Einer ist down? Ich bin auch im Kanches. Scheiße. Wo bist du gestorben? Einer ist down. Der andere ist noch im Zelt. In welchem Zelt? In diesen einen, was da war? In diesen länglichen? Direkt vorn, vorne. Durch die Zelte kannst du durchschießen. Der hat mich auch durchgeballert. Ja, der hat eigentlich auch bei mir durch die Zelte durchgeballert. Warte mal. Zombie rennt da jetzt hin. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin tot, Jungs. Oh, Scheiße. Einer habe ich gekillt. Fuck. Gut. Oh, ich habe nur einen gekillt. Ich habe einen gekillt und du hast einen gekillt. Ja, aber da ist noch einer. Der war auch an deiner Leicht dran. Scheiße, ey. Oh, da hinten sind ganz viele Spieler. Oh, nee. Alter, da hinten sind noch mehr Spieler. Ich sehe noch mehr Spieler. Das ist so kacke. Wie auf einmal, ey? Alter, wie schnell es auch. Alter, man, das gibt es doch gar nicht, ey. Wir haben ja mal im Sandbunker geblieben. Fuck, fuck, fuck. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der hat mich noch nicht gecheckt, glaube ich. Nein, 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 nein. Ja, ich habe ihn gekillt. Nein, ich bin unconscious. Ja, vorbei, Leute. Ich habe ihn gekillt noch. Ich habe den zweiten auch noch mitgenommen. Ich habe ihn umfallen sehen. Ja, da war auch noch ein dritter. Der hat mich getötet. Na, ich habe zwei jetzt gekillt gehabt. Also, die waren tot, die im Zeltlager waren. Da waren aber noch draußen außerhalb welche. Bei den Metallbunkern. Aber ich bin nur bisher bewusstlos. Das ist so episches Spiel, Alter. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Alter. Das ist so nice, Mann. Alter, ich habe ja nochmal die Hoffnung, dass ich aufstehe, aber... Oh, krass, der Scheiß. Ich war halt schon grau vom letzten Mal, ey. Wenn Schmitty nicht aufsteht, wäre er wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Bärensino hat auch übel Spaß gemacht, ey. Das war auch lustig. Gut, dann kann ich umloggen, weil ich bin schon wäre. Mann, Alter. Ich habe voll gezittert und der kam um die Ecke gelaufen und ich habe... Mein Scope ist nach rechts gerutscht, Alter. Ja, ich bin vor ihm jetzt auch. Und dann hat er schon geschossen, ey. Ich gehe in das Zelt rein, gucke, auf einmal geht es schon los. Tam, 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 tam. Der trifft mich zwei, dreimal im Zelt. Ich bin raus, kipp auch auf ihn und dann hat er mir halt einen Bananenschuss gegeben. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn auch getroffen habe. Keine Ahnung. Was für eine epische Scheiße, ey. Echt, das war schon direkt wieder... Aber ich habe wenigstens noch zwei Kills mit der Mosin gemacht. Also von fünf Schüssen habe ich zwei direkt. Den ersten habe ich in den Kopf geschossen, weil der dich sofort gelootet hat. Das war direkt geil. Der zweite ist halt davon gerannt, ist dann um die Ecke gerannt. Und dann habe ich ihn auch noch gekillt. Ich bin in Cerno. Ach, in Cerno, in Kamichurwurz. Ja, ich lieg hier noch rum, bewusstlos. Ich weiß nicht, wie lange ich hier warten muss, aber... Ich denke mal, ich überlebe auch nicht, weil ich war vorher schon so scheiße grau. Ja, wenn du blutest, dann überlebst du sowieso nicht. Jetzt, ja, ich bin tot. Aber warte mal kurz, sag mal kurz. Ey, warte mal, aber ich habe noch eine Rauchgranate, dann zieh ich eine Rauchgranate. Aber einer muss auf die Treppe ziehen. Ich habe keine Rauchgranate. Ich habe eine Fläche und eine Rauchgranate. Ich schmeiß einfach die Rauchgranate und du die Fläche. Du musst sagen, wann es losgeht. Fläche. Go. Schaut nicht hin, schaut nicht hin. Ich gehe nicht hoch. Warum nicht? Du hast den Splint nicht gezogen, Junge. Ich habe jetzt hier so eine Rauchgranate gemacht. Die schmeiß ich mal hier in den Zwischendraum. Kann ich kommen hin? Nein, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke. Oder sieht er was? Also ich sehe ihn noch durch den Rauch. Er wird auch sehen, wenn ich komme. Vielleicht habt ihr jetzt eine Chance, Jungs. Er ist halt genau oben am Ende der Treppe. Und schaut runter. Hat er dich? Oha, 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 oha. Keep playing, keep playing, keep playing, keep playing, keep playing. Keep playing, keep playing. Okay, ich werde jetzt gleich... Ich werde gleich eine Fläche schmeißen, Jungs, ja. Danach müssen wir stürmen. Ich bin schon drin. Ich schmeiß vielleicht schon hoch, warte. Wie ziehe ich den Sprung noch mal? Oh, ich weiß nicht, wo die landet. Ich habe jetzt gezündet. Ich bin unten in den Raum rein. Fuck you want? Ist der hochge... Oh, fuck! I want your head. Jungs, ich habe sie gezündet, ne? Ihr könnt jetzt eigentlich. Also ich bin auch total geflasht. Nee, nee, der guckt runter. Ist der hoch? Der guckt, der sieht alles einfach. Nein, ich bin so. Kevin, du Held. Alles klar. Dann versuchen wir mal Spawn zu machen. Versuchen wir mal Spawn zu machen. Er ist auch ein Cut, Schiss. Ja, er ist... Hast du, ja, hast du. Gut. Boah, ich sehe hier kaum was, Alter. Bleibt mal in der Police drin. Ja. Kannst du den treffen? Das sind zwei. Das sind zwei, ja, ja. Es sind aber auch zwei oben gewesen. Es sind mehrere. Kannst du den treffen, wenn... Nicht, hieße ich. Ah, jetzt ist er weg. Kann ich nicht mehr sehen. Ja, unten ist down. Der oben guckt noch. Pass auf. Oben guckt. Unten ist tot. Den habe ich halt schon gegeben. Nice. Sehr geil, Alter. Wollen wir rushen? Das ist der Zeitpunkt, oder? Ich gehe einfach vor, Alter. Ich gehe vor, Alter. Ist das egal. Komm, Alter. Ich leg dich ab. Schau mal. Vor allen Dingen, schau oben auch, ne. Die können auch oben noch sein. Dass sich einer Händen gelegt hat, oben. Ja, oben kommt einer. Hier habe ich auch. Jetzt ernsthaft? Ja. Aber es waren drei. Zwischendurch habe ich zwei gesehen. Der ist auch rumgekippt. Fettschaut. Einer lädt nach hier drinne. Ich habe keine Muni mehr. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich rush jetzt durch einfach. In jeden Raum. Jetzt muss gerusht werden. Unten ist Clear, glaube ich. Du kannst, ja, unten ist Clear. Du kannst reinkommen. Okay. Beide ist oben. Beide mit Hedgehog geholt. Einer ist oben. Und hinter dir am besten kurz die Tür zu machen. Habe ich. Einer habe ich hier zum Looten schonmal. Genau. Loote den. Ich safe nach oben ab. Ich bin der Repeater. Keine Muni drin. Oder? Gleich raus. Oh, fuck ey. Das wird eng. Ich weiß nicht, wo er oben ist. Ist der ganz oben gewesen noch einer? Oder in der Mittlerin? Ganz oben, den habe ich getötet. Oh, fuck. Er ist hier rechts im Raum drin. Ich habe ihn gesehen. Er macht Tür zu. Er macht Tür zu. Ich gehe direkt rushen jetzt. 3, 2, 1, go. Scheiße. Gleich bin ich tot. Du bist tot? Ja. Nein, jetzt ernsthaft? Von wo? Von hinten, glaube ich. Treppe. Kam noch einer. Jetzt ernsthaft? Scheiße, ich bin in der Falle. Du bist umzingelt. Scheiße, dann muss ich rushen. Hilfst nicht. Nein, meine Waffe ist leer. Fuck, fuck. Das ist der Mosin-Schütze gewesen. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich wurde getroffen. Ist meine Waffe leer? Warum ist meine Waffe leer? Ich habe doch hier vier Schuss. Lad nach. Nein, jetzt sind das weg in die Hand. Oh mein Gott. Ich habe beide Leute mit Headshot geholt. Einfach direkt. Drei Kugeln, zwei Leute. Einer bandagiert sich. Fuck, ich bin voll am Arsch. Ich habe dein fucking Team gebrochen. Mit zwei Schuss. In der Blase. Warum hast du eine KT online? Die hören dich nicht mehr. Nee? Nee. Also ich würde dich auch nicht entgeben. Mann, den einen hätte ich fast gehabt und dann hat er das falsche Mech nachgeladen und Rune-Mech. Bist du tot? Nein. Okay. Noch nicht. Ich versuche nochmal da zu spawnen. Der andere ist aber tot, der gerusht ist mit der Blaze. Oder mit der Mosin. Doch, mit der Blaze ist. Oh, ich bin tot. Fuck. Der war in einem anderen Raum. Fuck. Ja, ich habe oben den einen, habe ich noch weggeholt. Mit Headshot. Und unten den habe ich auch mit Headshot weggeholt. Ja, ich war vor allen Dingen im Raum drin. Ich habe nachgeladen, bin reingestürmt und der hat einen Rune-Mech nachgeladen, obwohl ich noch ein ganzes hatte. Das ist doch voll behindert, Mann. Dreckiges Dreck. Aber es war cool. Komm, Alter, es war auch geil. Gerade eben. Oder wir hatten unseren Spaß. War auch eine geile Aktion. Auf jeden Fall, Alter. Das war auch geil.